So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Denkt dran, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne meinen Creator-Code eintragen. Y&T-FamilyEgg. Gruß geht raus an jeden Einzelnen. So, was haben wir drin? Wir sehen schon das komplette Matrix-Paket wieder. Dann Windläuferin Echo. Tätos leuchten, wenn du Trünen öffnest. Also für 800 V-Bucks, definitiv, muss eigentlich gekauft werden. Aber ihr wisst ja, ich will meine 10.000 V-Bucks erreichen. Also, da ist noch ein bisschen Zeit. Dann haben wir halt Neos Bullet Time. Also, nice. Dann Trinity Street. Und natürlich, also ohne Quatsch, die Tarnung ist richtig geil. Aber, ich sag immer wieder, wie oft sieht man die Tarnung? Also, ich nehm meine Tarnung im Spiel selten wahr. Dann haben wir drin Entferner, Schluckus. Dann natürlich die Pickaxe dazu. Die Tarnung. Zakira ist auch wieder mit drin. Mit der himmlischen Lackierung. Tugend. Böser Blick. Melkor ist auch ebenfalls wieder drin. Der Glitzergaul auch wieder zurück. Die Gesandte. Dann einer der hässlichsten Skins, finde ich. Aber so OG eigentlich. Dann, bitte jetzt lachen. Und dann Rasender Ansturm. Auch nice. Ein Verein hätte ich. Riesiges Popcorn. Das ist auch nice. Das ist auch oft benutzt. So, dann Balenciava-Paket komplett wieder drin. Also immer noch drin, sagen wir mal so. Dann das Goldene Händchen-Paket ist wieder drin. Ja, Goldene, komplett goldene Skins sind ja schon ein bisschen her. Dann das Mainframe-Paket immer noch drin. Mechapop-Aufstieg, das Schatten-Paket. Menzel-Legenden sind auch noch drin. Tech-Zukunft-Paket auch noch drin. Aber wie gesagt, hier das Goldene Händchen-Paket. Wer es noch nicht hat, lohnt sich, denke ich, auf jeden Fall. Ist eigentlich nice. So, ich bin dann erstmal raus wieder für heute. Euch viel Spaß noch beim Leveln. Und haut rein.